Porträtiert im Atelier. Die erste Ausstellung des Vereins der Berliner Künstlerinnen 1867 in den neuen Räumen Eisenacher Straße 118. Porträts künstlerischer Mitglieder des Vereins, aktuelle und historische, in ihren jeweiligen Ateliers. Immer ein kleiner Überblick, wie die Räume aussehen und wie die Bilder gehälten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020